Ich bin Marco Stangarsinger, Geschäftsführer der Landhinnig Stangarsinger GmbH in Bischofswiesen. Das liegt im Berchtesgadener Land ganz südlich in Bayern. Unseren Betrieb gibt es seit 2005, derzeit beschäftigen wir acht Mitarbeiter. Wir bieten unseren Kunden Verkauf, Reparatur und Service von Land- und forstwirtschaftlichen Geräten. Zu unseren Kunden hier in der Alpenregion gehören hauptsächlich Grünlandbetriebe und forstwirtschaftliche Unternehmen. Wir arbeiten mit Granit seit der ersten Stunde an zusammen und es ist uns ein unerlässlicher Partner geworden. Seit Anfang dieses Jahres haben wir einen neuen Granit Job und hoffen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Wir schätzen an Granit die große Vielfalt an Artikeln und das familiäre Geschäftsklima.